Oh, die Sonne geht auf. Oh, die Sonne. Ja. Liebe Sonne. Okay, also das ist... Sonne. Ja, 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 das ist jetzt Minecraft Multiplayer-Haus, nicht das Singleplayer-Haus. Und da ist so direkt ein Creeper vorm Fenster. Und hier ist mein geiles Badezimmer mit Badewanne, wo alle Leute immer reinkommen und Wasser klauen, ja? Und hier ist mein Bade, das ist ein blaues Bade, das ist Wolle, voll geil. Und hier ist so meine kleine Wohnzimmerecke mit Werkbanken als Teppich. Und hier ist mein Garten, wo ich so ein bisschen Weizen ernten kann. Jetzt gehen wir mal zum Gemeinschaftshaus. Wir gehen übrigens niemals raus, obwohl wir alle Türen nach draußen haben, aber da könnte ein Creeper sein. Und weil zurzeit die Home-Funktion nicht geht, gehen wir niemals raus und wir haben alles im Untergrund gebaut. Ne, 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 da draußen steht Sönke. Hallo. Hallo. So. Einmal zeige ich, hier ist mein Notausgang, falls ich mal nach hinten rausgehen will. Hier ist unsere unterirdische Baumplantage. Ich gehe da mal so ein bisschen runter, also ist nicht so tief. Hier ist noch nix. Hier ist so ein bisschen was. So ein bisschen was. Ja, auch da wächst schon einer. Und hier wachsen sie noch mehr. Ja, so kann man sich prima Bäume unter der Erde halten und muss nicht mal rausgehen und gegen irgendwelche Creeper kämpfen. Toll. Okay, jetzt gehe ich wieder hoch. Und jetzt gehe ich mal aufs Dach. Irgendjemand ist explodiert. Hallo, ne? Das ist nur ein... So ein bisschen. Das ist alles kaputt. Ich hasse Creeper. Das ist Bastys Haus, wo gerade eine fette Wolke durchschwebt. Und das ist Sönkes Haus. Mit Lavaleuchtturm. Und das ist ein Brunnen. Und jetzt gehe ich runter in unsere geheimen Geheimgänge. Je Brunnen. Ich Brunne. Hier ist unsere Gemeinschaftshütte. Das Werkzeug und das Kohle, Rätsel und Eis, Gold und so. Random, retarded Essen. Und wir gehen jetzt mal zu Bastys Haus. Da geht's nicht lang. Da geht's lang. Ich will auch. Hallo. Du default-Typ. Ich bin nicht default. Oder doch? Deswegen gesagt, ich wäre nicht default. Schon wundern bei mir nicht. Na toll. Jetzt siehst du scheiße aus. Dieser schicke Balkon. Das ist eine Terrasse. Terrasse. Küche. Ausgangstür. Terrasse. 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 War hier nicht mal eine Treppe nach oben? Hier ist die Treppe. Winsch. Leiter. Da. Oh, du bist so dumm. Und hier ist ein Bild. Oh, was ist das? Oh, Donkey Kong. Ein schickes Bett. Was ich nicht geklaut habe. Hier ist ein wunderschönes Bild von, ähm... Wie wir die Schweine immer nennen, Rüdiger. Rüdiger. Hä? Ich hab so viel Kohle. Du gehst ja gar nicht weiter. Ja, unten. Ne, 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 ne. Ich trau mich nicht nach draußen. Darum nehme ich jetzt doch wieder den Untergrundweg. Ey, du musst aber noch mein Bett angucken. Ja, ich komme. Draußen ist aber gar nichts. Das ist trotzdem. Nee, draußen ist gar nichts. Das wurde gefixt. Creeper sind jetzt nicht mehr tagsüber da. Jedenfalls nicht mehr so lange. Nach den Morgenstunden sind sie weg. Auch nicht mehr so lange. Auch nicht mehr so viele. Dann ist also alles, was wir uns hier über Tage lang aufgebaut haben, voll jetzt sinnlos. Ja. Cool. Okay, hier ist Dünkes Haus. Da steht da, hallo. Hallo, 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 rote Watte da. Ja, und mein Bett ist ganz toll. Mein Bett, guck mein Bett an, guck mein Bett an. Guck mein Bett an. Ja, das ist mein Bett. Wo denn? Ich sehe das. Achso. Man kann es nach oben gehen. Es laggt gerade. Uuuuh. Ja. Uuuuh. Und ganz viele Kreuze oder sowas draufgeschrieben. Ja. Uuuuh. Es sind Rauten. Rauten. Ja, das war unsere schicke Welt. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis der Server resettet wird. Genau, und alles wieder gelöscht ist. Tschüss. F9.